Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge McWarrior 5 Clans. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Im letzten Mal haben wir mit den Yakuza rumgeschlagen. Heute haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir gehen in den Smuggler Stand. Wir gehen in den Sankur. 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 Demi, ich zeig an. Kommstar hat die Kommunikation zwischen dem Ryugawa und einer subplanet-Ausbildung. Viele von Turtle Bay's majorer Mining operations, stammen an den Sankur auf den Sankur um die Bedeutung. Wir glauben, dass eine Mining-Ausbildung in den Sankur auf dieses Moons enthalten wird. Wow, es gibt viele Leute, die zu unterstützen, diese Yakuza zu unterstützen. Können wir uns überrascht, dass diese Barbarien zu unterstützen? Du hast dich auf eine Mühle, die Comstar zurückgebracht hat, um diese Armour zu holen und zu kontrollieren. Es gibt eine Stürme auf der Ebene, aber die Laufsicht und Interferenz von Sensoren ist ein kleiner Preis, für die Möglichkeit, unsere Rivalenten zu beschleunigen. So, ähm, einem wollte ich... Mal ganz kurz gucken, welche Pilotin hier das mit den Missiles hatte. Naomi, Naomi war Missile, die ist schon auf dem Mad Dog, das ist okay, das lassen wir so. Und das deployen wir. Ich hab die Waffen angepasst, ich hätte mir die Waffen angucken sollen, aber auch das können wir gleich im... Direkt im Spiel machen, das sehen wir ja gleich. Zack, zack, zack. LIMs sind auch noch drin, gut. 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 so langsam aber sicher gefällt mir das hier das war ein bisschen langsam da war noch was ok laufen wir mal die beacons hinterher mitten rein in die falle in the meantime we have small energy spikes coming from the bar from the way perhaps it will provide another way through scat mode engaged scat mode disengaged meet target zack our chinks destroyed scat mode engaged mal weiter lasst meine arme in ruhe die brauche ich noch hinter uns ist noch ein bisschen watscht leute ja ich habe schön den boden durchgepflügt muss ich noch mal in den geraden achten noch mal ein bisschen indirekt schön hier hinkommen und jetzt sehr gut sehr gut die munition habe ich nicht mehr wenn man der lm sich gerade 180 schuss noch sechs mal das ist leer der lm sich der lm sich leute die 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 Ich bin der Fall. die stadt umdrehen ab in den canyon die stadt umdrehen ab in den die stadt umdrehen ab in den die stadt umdrehen ab in die stadt umdrehen ab in die stadt umdrehen ab in den die stadt umdrehen ab in den skenmotor ja du stehst nur beim weg die stadt umdrehen ab in den 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 das war ein bisschen unangenehm das war ein bisschen unangenehm die stadt umdrehen ab in den die stadt umdrehen ab in den die stadt umdrehen ab in den die stadt am Ich brauche nur noch einen Stick sehr gut. Eieieiei. Ich bin schon auf 64% runter. Hier lass ich jetzt aber mal zu mir kommen. Angriff. Super. Und wieder ab. Weiter gehts. Einmal kurz scannen. Da braucht es nichts zu geben hier. Da ist Quatsch. Focusing on your target. Focusing on your target. Focusing on your target. Und die ganze Bewaffnung in den Arm. Macht es dann relativ eindeutig, was man angreifen muss. Upload. Shhh. Das waren die letzten LIMs Jut Das war ja etwas, aber nicht viel Ach auch nicht Können wir auch bei der normalen Sicht bleiben New Target Focusing on your target Ow New hostile detective Blackjack Blackjack Target Destroyed Was haben wir da noch? Ein Jenner Holt euch den mal Holt euch den mal Wer hat denn jetzt? Deshalb bin ich nicht weiter Holt euch den mal Mein Maddog sieht nicht mehr allzu gut aus Geht mir eben vor Ganz ehrlich Geht Hecht Der 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 na das ist ein fahrzeug ihr werdet hier wohl weg kriegen jetzt schon mal vor ich komme nach der wird ich glaube mir auch nicht so weit nach vorne schicken sollte am besten ja wo sind sie Etwas als wäre der unterm Boden Focusing on your target star commander Ah Stand up New target That was a heavy hit Uh-huh Ah Cyctorion Und den deck check noch Dann müssen wir mal gucken weil da unten immer noch einer rumrennt We have cleared the base galaxy commander no more enemies remaining no yeah We have to go We have to go We have to go We have to go Money So Für die Stormcrow Vehicle kills Für die Viper Turret kills We have to go Assault mag Heavy mag Light mag Mech Insgesamt Media mag Reuse Chassis Turret kills Vehicle kills Ah ok Und wir haben schon 800 experience Woher 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 Den gefühltes haben oder Beschwer mich nicht Ne Oh Oh Ja Achtung Ballistics Okay Haben wir Ballistik Das Alles Okay Könnte man sich überlegen Gegebenenfalls den linken Arm mal austauschen Wir wollen den linken Arm haben wir gesagt ja doch left arm omnipot Und für Sind wir allerdings zu schwer mit jetzt ok Zweimal Ammo dafür Könnte natürlich hingehen den Large Pulse rausnehmen dafür packen wir uns noch ein Medium Pulse Medienpulse und dann gucken wir mal weiter was wir hier noch so machen können Wir haben jetzt drei Tonnen frei Ja Ja Sorry Wir können natürlich hingehen noch mal ein bisschen Missile Ammo nehmen LWX LAM LAM Ammo Genau Dann haben wir noch zwei Tonnen da könnten wir in den rechten Tor einfach mal gucken General Slot Targeting Computer Mark 2 Machst du Projectile Speed und Energy Range Na 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 Könnten auch noch einmal LWX LAM mitnehmen Mal gucken Mal gucken Ah ne der hat nur für der 1 Spot Na ja Ich überleg mal was und dann schauen wir mal beim nächsten Mal rein Ich wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag Wir sehen uns Tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF, 2020